hey was los lief heute nicht so gut wie was lief heute nicht so gut ich hatte eine mathearbeit geschrieben und ja was bist du aber darum gekommen ich hatte dafür gewetet und heute habe ich sie zurückgekommen und es war keine eins okay was war es dann drei hast du wenigstens gelernt hast du nicht ja aber ich habe dafür gewetet ja aber wenn du nicht gelernt hast nicht so gut ja es gibt viele dinge die nicht so gut sind und die uns trotzdem passieren wie was abraham ist nämlich genau sowas passiert was ist denn ihm passiert der hatte auch einen test und zwar ein test von gott ein mathe test nein kein mathe test deutsch test auch kein deutsch test was war denn dann soll ich dir wirklich erzählen das war eigentlich was ganz wichtiges aber wie ganz richtig kann ich mir gar nicht vorstellen ja können wir uns wirklich nicht vorstellen abraham sollte nämlich seinen eigenen sohn opfern wie was opfern ja sein sohn so wie man ein schaf opfert so wie man ein schaf opfert das das geht doch nicht ja aber gott hat gesagt abraham geh hinaus auf den berg und opfer deinen sohn das ist ja ein ganz doofer test das ist ein ganz doofer test ja das das geht doch gar nicht wie kann gott das machen gott hat den abraham doch seinen sohn versprochen und jetzt jetzt soll er den opfern jetzt soll er den opfern tatsächlich warum denn das das war ein test von gott um zu gucken wie sehr aber haben wirklich an gott glaubte und das hat abraham gemacht aber hat gemacht was er was er machen sollte er ist losgegangen drei tage sind unterwegs gewesen wie drei tage ja gott hat ja nicht gesagt opfern hier bei deinen zelten sondern da auf dem auf dem einen berg den ich dir von dem ich dir gesagt habe okay drei tage waren sie unterwegs weißt du der sohn von abraham der war auch neugierig weißt du was er gesagt hat was denn gesagt papa guck mal wir haben hier holz wir haben hier feuer aber wir haben kein schaf mitgenommen der war klug da war wirklich klug der hatte gesehen dass sie kein schaf mitgenommen und hat seinen tater gefragt was denn jetzt los ist genau und sein papa hat gesagt also der papa abraham sagte mein sohn isaac gott wird uns schon ein schaf bringen gott wird sich ein schaf aussuchen und uns das geben okay aber das hatte nur gesagt der wusste ja dass dass er seinen sohn opfern sollte weißt du was was wir jetzt das was wir da lesen das lesen wir in erster mose 22 und da lesen wir nicht was abraham dachte aber im neuen testament da lesen wir was abraham dachte wie was dachte er denn abraham dachte sich gott hat mir diesen ein sohn versprochen das ist für mich hat gesagt er wird durch mich ganz ganz viele nachkommen soll ganz schön aus meinem nachkommen wird du jetzt denken also nach bevor du redest wie naja du 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 hast du dich wieder entschuldigung gott sagt ihm danach kommt werden so viele sein wie sand wie sterne am himmel keiner kann sie zählen ja ich erinnere mich noch und dann hat er sich gesagt gott muss ja was geplant haben er sagte sich wenn gott mir wenn gott mir das versprochen hat und ich jetzt meinen sohn opfern soll dann wird gott diesen sohn wieder zum leben erwecken wenn ich ihn geopfert habe das hat er sich gedacht das hat er sich gedacht der hat ja echt einen großen glauben weißt du was der hat wirklich einen großen glauben denn damals als abraham lebte da gab es noch nicht die bibel hey noch nicht die bibel er konnte noch nicht nachlesen was gott alles gemacht hat nee was hat er denn gemacht er hat bestimmt sachen gehört die gott getan hat und adam und eva und noah und viele andere sachen okay und er hat geglaubt er hat geglaubt das war dass das was gott sagt dass das wirklich passieren wird okay und da sagte er sich wenn gott das alles kann dann kann auch meinen sohn wieder zum leben erwecken wenn ich ihn opfere okay und dann naja dann waren sie angekommen am berg der abraham hat ein paar steine gesammelt hat einen kleinen altar gebaut und legt das holz drauf und dann dann hat der isaac gesagt okay wo ist das schaf hat er bestimmt gesagt aber abraham sagte ihm komm ne ich verbinde jetzt mal die augen wir haben jetzt was ganz anderes vor und dann hat er den isaac auf den altar gelegt und hat das messer genommen und wollte schon zack den isaac aufschneiden das ist nicht gut nein noch das nicht das ist das ist echt nicht gut weißt du was genau dann als abraham sein messer genommen hat und losschneiden wollte dann hörte eine stimme wie eine stimme naja der engel des herrn der rief dann abraham abraham das hat ja gerade noch rechtzeitig gerade noch rechtzeitig richtig und dann ja dann sagte der engel des herrn abraham ich habe gesehen dass du das wirklich ernst meinst ich sehe dass du wirklich an gott im himmel glaubst und dass du ihm vertraust hier lass deinen sohn nimm deinen sohn runter vom altar hier ist ein schaf und dann hat abraham sich umgeguckt und dann hat er ein schaf gesehen und dann hat er ein schaf gesehen was sich in einem busch verheddert hatte und dann hat er das genommen und geopfert da hat er noch mal glück gehabt da war nicht glück wie nicht glück das war doch nicht glück das war doch gottes test ah das heißt er hat gottes test bestanden er hat gezeigt dass er wirklich auf gott vertraut hat und dass er wirklich an gott glaubte aber macht gott das heute auch noch nicht so nicht so wie bei abraham das ist gut dann müssen wir ja keine keine menschen und keine kinder opfern dann das müssen wir heute nicht machen und gott sei dank gott sagte ihm auch weil du das wirklich gemacht hast weil du wirklich dein sohn geopfert hättest deine nachkommen werden sein wie sterne am himmel wie sand am meer keiner wird es erzählen können ich will dich segnen und ich will durch dich die ganze welt segnen was heißt das das heißt von den nachkommen abraham da würde jemand kommen der die ganze welt befreien kann du sprichst wir sind von jesus bei jesus war das genauso gott hat seinen sohn geschickt auf diese erde damit er am kreuz für uns stirbt wie für uns naja für unsere sünden denn unsere sünden die sind wie eine große mauer die uns von gott trennt aha und da kann niemand durch gibt es da keine tür da gibt es keine tür und nein wie kommen wir dann zu gott das ist die frage viele menschen haben sich immer lange zeit überlegt wie kommen wir zu gott wie kommen wir durch diese große mauer durch ja und sie haben keinen dick gefunden die mauer ist zu hoch keiner kann drüber klettern und ist sie aber so lang sie ist so lang da kann auch keiner dran vorbeilaufen und wie dick ist sie sehr dick die hat noch niemand durchschlagen können hat noch niemand ein loch reinhauen können und nein aber jesus hat genau in diese mauer ein loch rein geschlagen wie denn das mit mit einem großen hammer nein nicht mit einem hammer weil er am kreuz für unsere sünden gestorben sind gestorben ist da hat er durch seinen tod eine riesige tür in diese mauer gesetzt oh okay und da kann jetzt jeder rein es gibt nur eine voraussetzung wie eine voraussetzung ja das ist wie so ein kleiner test den man bestehen muss oh was für einer du musst an jesus glauben oh das reicht keine einzelne hatte keine einzelne deutsch nö das brauchst du nicht das ist schön wenn du das kannst aber wenn du zu gott kommen möchtest und dann durch diese mauer durch möchtest da reicht es wenn du an jesus glaubst oh das ist ja einfach mhm das ist einfach und äh weil das so einfach ist glauben viele menschen ach das kann nicht sein hey das glauben sie nicht hm sie denken das geht doch nicht so einfach ist es nicht und das ist ja nicht so gut aber dann kann ja jeder da rein jeder kann da rein und weißt du was wir haben ja jetzt die adventszeit ne wenige wochen dann ist weihnachten oh ja bald ist weihnachten mhm und in dieser adventszeit da feiern wir da freuen wir uns darauf dass jesus wiederkommen wird ah ja weihnachten da wird ja jesus geboren mhm darauf freuen wir uns und diese adventszeit ist die zeit davor wo die leute jesus erwartet haben und wir warten auch aber nicht darauf dass jesus kommt und wieder in der krippe geboren wird sondern weißt du es nicht dass er wiederkommt mhm wir warten darauf dass er wiederkommt und das wird echt wunderbar sein gut dann bis zum nächsten mal tschüss auf wiedersehen tschüss tschüss tschüss